1 Team Deathmatch Gib mal ein bisschen Snipern, ne? Nein. Eigentlich hat's das wirklich cool. Mensch, da! Wo kam die Schüsse her? Wartenreuer, die wir wartet am Warten. Feuer auf der linken Seite. Hab einen, auf der linken. Hab den, hab den. Bin oben. Oh. Hä? Einer doof. Ah, einer hinter mir. Wieder da. WB. WB. Auch so gut. Oh. Oh. Na. Wie? Die hat noch 100 Leben gehabt. So getroffen. Ach der Jahre. Aber. Nicht mit L-Bunny. Scheiße. Falsche Waffe. Wenn ihr da drüben seid, ne? Ja. Mach ich mich wo meine Gegner sind. Au, da. Du kriegst keine. Ja. Wie ist die überhaupt auf der Map, woher die Schrotz ist? Ich würd's gern mal wissen. Ja. Ja. Alex hin. rechte seite im tunnel er hat mich gehört ja ja sollte mich entscheiden auf welchen gegner ich gehe wer schläft glaube ich spawnt ja danke wieder so ein mieser lutscher der durchs portal guckt oh danke wer mich da gerettet hat aber es ist das spiel wirst du glaub ich auch wenn man warte was mach ich ich starb doch nicht ab das ist essentielles spiel in dem game hier portale nutzen jungen das selber gesagt das alles gut abstauben hast du das richtige zertifikat ja ok a38 ne passierschein a38 genau ausgefüllt beim abstaubbär danke frosty hast du ihn gekriegt nein fuck ich will doch nur die schrotze hier hä hä danke du affe ich hätte dich anvisieren sollen mann alles klar Sigi lass dich nicht ärgern auf der arbeit heute ne und komm gut mit den stunden lass dich nicht ärgern und dann gewiss vorbeischauen die sind unterm Sniperplatz drei mann im fallen nein hätte ich getroffen wäre so geil gewesen mit fünf leben hat er überlebt er ist so alt danke hat ihn gekillt er hat ihn gestorben auch gestorben ey er hat ihn gekillt auch gestorben ey oooh er hätte mich mal auf der rechten Seite gestellt was ist das denn hier für eine Stellung einer ist oben im Turm drinnen no bei uns? ne auf der anderen Seite achso also dann in Deutschland wär ja noch schöner ja weil jetzt campen sie auch wie wie die jetzt ist einer bei uns drin der ist weg ne mit der Railgun mit der Railgun mit der Railgun danke Jonas mit der Railgun mit der Railgun haut der die alle weg hier ey hat der sich noch gerettet ne nice victory yes killcam nice ja bin ich dezent an dir vorbeigelaufen einfach durchs Bild bei Alex muss aber ehrlich grad sagen ich und Alex haben gleichzeitig einen getötet ha Frosty ist okay du darfst das ja aber anscheinend war Alex Kill halt einfach cooler mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem